Jetzt kommen wir zu unserem Beatle. Das ist der Gutswein aus der Edition B-Reihe, einem leichten Riesling, der hervorragend nach Frucht und wunderbarer Trinkigkeit schmeckt. In der Nase riecht er wunderbar nach Boskopf-Äpfeln, hat diese wunderbaren Exotiknoten des 2018ers, sehr reife Früchte, Zitrusfrucht, Spannung, fast schon extrem duftig, aber dann noch ein kleiner Sponti, den ich sehr mag, hinten nach. Das ist wie alle unsere Weine spontan verroren. Ein super Trinkfluss, im Geschmack zieht sich dieser Eindruck der Nase dann durch, hat eine explosive Frucht, eine feine, sehr seidige Säure, für den Riesling schon recht weich, aber trotzdem sehr, sehr schlank und lang. Macht richtig Spaß zu vielen Gelegenheiten. Ist im Hangfuß des Honigbergs gewachsen, mit einem kleinen Teil auch von den Lagen Römerpfaden und Sonnenohr. Ein klassischer Gutswein aus den Lagen des Betriebs. Ziel war, wenig Alkohol mit viel Geschmack zu erzeugen, viel Trinkfluss, Trinkfreude und als Speisebegleiter ist er ideal zum täglichen Essen, zum Abendessen, zu Fischgerichten, zu Fleisch mit hellen Soßen oder einfach mal so ein Gläschen abends vorm Fernseher trinken. Meistens ist die Flasche nur leider zu schnell leer. Das ist sehr prekär. Das ist sehr prekär.